Salo ist eine Küstenstadt in der Provinz Tarajoa, etwa 15 Kilometer von der Provinz-Hauptstadt Tarajoa entfernt. Sie hat 26.459 Einwohner. Die Wirtschaft der Stadt basiert hauptsächlich auf dem Tourismus. In der Nähe befindet sich der Themenpark Portaventura. Die Stadt verfügt über vier größere Strände. Die Plata de El Levent ist mit einer Länge von 1,2 Kilometer der größte. Daneben gibt es einige kleinere Badebuchten. An der Strandpromenade de Passaic de Jomie befindet sich eine als Casa Bonet bekannte Villa, die vom Architekten Domènech Sugreni Sigras entworfen wurde, einem Schüler Antoni Gaudis. Geschichte Genutzt als Hafen von den Griechen und Römern taucht es in der geschichtlichen Aufschreibung das nächste Mal während eines wichtigen Ereignisses. Auf die Flucht des James I. von Aragon im Jahre 1229. Er hat von Salu aus die Balearischen Inseln bezwungen und schließlich das Königreich Mallorca gegründet. Im Jahre 1286 ist ebenfalls Alfons III. von Aragon von Salu gestartet, um Menorca zu erobern. Später wurde Salu zu einem Stützpunkt für Piraten. Der Erzbischof von Tarajoa ließ im Jahre 1530 eine Verteidigungsanlage mit dem Namen Torre Vella in Salu errichten. Im Jahre 1865 wurde der Bahnhof in Betrieb gesetzt, der somit eine neue Entwicklungsphase einläutete, die 100 Jahre später zu einem Touristenboom und damit zu Reichtum für die Gemeinde führte. Salu wurde im Jahre 1989 von der Nachbargemeinde Villa Sica abgespalten. Sehenswürdigkeiten, historische Gebäude und Denkmäler die Kirche Santa Maria del Mar, Torre Vella, das Büro des Hafenmeisters, Denkmal des Jomi, der Brunnenfond Juminos, das Denkmal für die Fischer, der alte Bahnhof. Das Portaventura ist ein ständig wachsender Freizeitpark an der Costa Daurada. Das Resort verfügt über luxuriöse Vier-Sterne-Zimmer, einen Themenpark und ein Konferenzzentrum. Die Hauptattraktionen des Themenparks sind der Dragon Khan, ein großer B und M.M. Megaluper, Furios Bako, eine der schnellsten Achterbahnen Europas, und der Hurricane Condor, ein großer Turm, der den freien Fall aus 100 Meter Höhe simuliert. Im Jahr 2012 eröffnete eine neue Achterbahn, die Champala Expedition Al-Himalaya, direkt neben dem Dragon Khan. Der Park bietet darüber hinaus eine große Multimedia-Show, die Fiesta Aventura genannt wird. Jede Nacht zwischen Ende Juni und Ende August werden Feuerwerke, Fontänen und Paraden gezeigt. Ferrari-Land mit dem höchsten und schnellsten Beschleuniger und ein Ferrari-Hotel werden im Jahr 2016 eröffnet werden. Salube-Herberg außerdem den Lumine Golf Club. Es gibt drei Plätze, Norden, Süden und Zentral. Der nördliche und Zentrale sind von Greg Norman und der südliche durch das Green Project entworfen worden. Die Einrichtungen bestehen aus zwei Clubhäusern, einem Strandclub, ein Lumine Restaurant, ein Hoyo 19 Restaurant, Geschäften, Miet-Services und einer Golfschule. In der Zukunft werden in der Umgebung des Golfplätze sechs Wohnsiedlungen entstehen und darüber hinaus zwei Fünf-Sterne-Hotels, eine Sportanlage und eine internationale Schule. Das Auditorium Theater of Salou ist ein wichtiger Teil des lokalen kulturellen und Freizeitaktivitäten. Das Theater beherbergt politische, schulische und kulturelle Veranstaltungen und hat darüber hinaus schon berühmte Musiker wie Sergio Daima in die Region gezogen. Strände Selles hauptsächliche Promenade ist die Passage Jomie, die die Küste entlang bis zum Elevent-Strand führt, dem längsten Strand der Stadt. Andere Strände sind der Stranddeponent Platia del Scapellans, Platia Jaga und die Bucht Cross. Salou hat 34 blaue Flaggenstrände. Lokale Feste Kavalkade der Heiligen Drei Könige C.O.S. Blank Internationales Dame-Turnier Salou Open Kinderfestival Fest des St. John Nitz-Daurades Fest des Königs Jomie Nationalfeiertag von Katalonien Fest der Segregatio Gelächter Kavalkade der нужde